Soll ich in die Kamera gucken, oder? Ich hab das noch nie gemacht. Finde auch du deinen perfekten Partner mit. Date Tape. Ich suche einen Partner, ich bin schlank, ich habe Humor und ich wurde als kleines Mädchen in den Brunnen geworfen und bin jetzt eine vergammelte Wasserleiche, die als verfluchter Geist aus Fernsehern krabbelt und Leute tötet. Oh naja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also ich war noch nie auf dem Date und ich hatte noch nie eine Beziehung. Ich war mein ganzes Leben lang Single, weil ich in einen Brunnen geworfen wurde. Also ich bin von Beruf Videokünstlerin. Ich mache sinnlose, surreale Albtraum-Szenen, die keinerlei Zusammenhang haben. Naja, und wenn sich dann jemand das Video anguckt, tötte ich ihn nach sieben Tagen. Ja. Also ich schwimme sehr gerne, hauptsächlich in Brunnenwasser. Naja, und dann wie jedes Mädchen, Beauty, Haare, Fingernägel und so. Oh mein Gott, ich esse total gerne riesengroße Albtraum-Tausendfüßler und ich trinke auch ganz gerne mal Fliegenlarvenverseuchtes Brunnenwasser. Ah, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber ich höre gern Dark Ambient oder auch White Noise. Ich kann das ja mal kurz vorspielen. Das ist zum Beispiel gerade mein Lieblingstrack. Ja, oder auch hier der von der Band hier, das Lied. Also ja, hauptsächlich rauschen. Na ja, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich echt jeden nehmen, weil man als vergammelte Wasserleiche in einem Brunnen nicht so viele Leute trifft. Also, falls du Interesse an mir hast, komm zum alten Brunnen. Ich warte dort auf dich. Und vielleicht bist du ja auch derjenige, der mir einen Ring an den Finger steckt. Sorry, das passiert mir manchmal. Und bitte keine Raucher!